KBS Figaro, eine stimmige Hochertragssorte im mittelfrühen Bereich. 2,50 in der Siloreife und 2,50 in der Körnerreife. KBS Figaro war in den letzten Jahren eine sehr bewährte Sorte mit hohen Erträgen, sehr guter Stresstoleranz. Vor allem ist sie in Bayern die meistangebaute Sorte die letzten Jahre und bringt hohe zuverlässige Erträge. KBS Figaro, einfach und unkompliziert im Anbau. Und für alle Nutzungsrichtungen geeignet. Daher meine Empfehlung für Sie, KBS Figaro.